Die Autobahn von Serbien nach Ungarn. Hier kommt niemand mehr durch. Die Fahrbahn ist versperrt mit einem mobilen Stahlzaun und Stacheldraht. Die Flüchtlinge, die hier nicht mehr durchkommen, protestieren. Rund 2000 waren es am Dienstag. Auf der anderen Seite Stille. Die Grenze in Röske hier zwischen Serbien und Ungarn, die ist jetzt dicht. Und zwar in beide Richtungen. Nicht nur nach Ungarn, sondern auch nach Serbien kommt man jetzt nicht mehr ohne weiteres. Bei der Autobahn wird man direkt runtergelenkt. Alles, was man noch sieht, ist in ungefähr 200 Metern Entfernung eine dichte Reihe von Polizisten, die dort alle nebeneinander stehen. Da, wo jetzt die angebliche Transitzone für die Flüchtlinge sein soll. Am ungarischen Grenzzaun patrouillieren bewaffnete Soldaten und Polizisten. Einige Flüchtlinge stehen direkt am Zaun auf der serbischen Seite. Ein Dolmetscher der ungarischen Polizei spricht mit ihnen. Wir versuchen mit ihnen zu reden. Can you just tell us what you told them? I told them to keep the rules and to get away from the fence. What are the rules? Other rules, if they will damage the fence, they will be punished by the Hungarian government. What alternative do they have? Thank you very much. I'm happy to see you. Which alternative do they have? I don't know, I'm not a lawyer. Thank you very much. Goodbye.